und damit willkommen zurück zu Triburn Assents 1.6 Triburn Sun Remake wir sind hier in der Not Mission Nummer 1 ganz klassisch wir kämpfen gegen Hassan habe ich auch schon mal hab hier so gemacht das war auch eine andere Mod im Prinzip immer dasselbe halt natürlich nichts aus super auch hier 120 Dollar na komm jetzt fertig Buggy so gibt man fast Buggy drauf erste Mission ganz klassisch alles an Hazards Truppen vernichten vielleicht müssen sie irgendwo hier auftauchen oder auch da je nachdem aber wir machen das Ding mal ran voll ich weiß auf den Sammler wir sind es endlich müssen wir jetzt den Truppen ja ausschalten mal sofort hier runter Buggy gegen Buggy wir bekommen noch ein bisschen Verstärkung das dauert ein bisschen bis die hier angetanzt kommt Gucken wo er zuerst drauf geht na guck mal her geht auf die Truppen drauf gut Egal schon ein bisschen befördert lasst doch die Gebäude in Ruhe zack hoch mit kommen mit kommen los geht's erst auf den Soldaten drauf so und muss doch die letzte Einhandzeilen sind auch hier durch eine sehr schnelle Mission ist das Perfekt sehr schön kämpfer durchladen Vielen Dank.